Hallo lieber Tieftonliebhaber, wer kennt es nicht, das Üben mit dem Metronom. In diesem Bassquickie gibt es einen super Tipp. Na klar, es ist Mittel zum Zweck und hilft auch sicherlich dein Timing und deinen Rhythmus zu verbessern, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das Üben zum Metronom auch schnell nervig werden kann, wenn es dann einfach immer so weiter tickt. Ich habe eine völlig einfache und musikalische Übung für dich, wie das Spielen und Üben zum Metronom gleich viel erträglicher wird. Du ersetzt die Viertelbeats einfach mit einem Schlagzeuggroove und zwar immer Bassdrum, Snare, Bassdrum, Snare und schon hast du immer einen super Groove, der letztendlich nichts anderes macht, als dir das Tempo und die Viertel zu geben, aber dann mit Musik und mit Spaß. Mittlerweile hat wahrscheinlich jeder ein Musikprogramm auf seinem Computer, wenn nicht sogar auf seinem Handy. Also eine Software oder eine App wie Garageband oder Logic oder Pro Tools oder Cubase und es gibt noch tausend andere. Und da kannst du dir einfach eine Spur mit einem Schlagzeug Sound machen und dir so einen Beat erstellen. Bassdrum, Snare, Bassdrum, Snare. Ganz einfach. Oder noch einfacher, es gibt hier auf meinem YouTube-Kanal einen 10 Minuten langen Track in Tempo 100, der genau das macht. Bassdrum, Snare, Bassdrum, Snare. Und den kannst du einfach anmachen und laufen lassen und dazu üben. Und das Tolle ist, dass du hier auf YouTube auch die Geschwindigkeit regeln kannst. Hier bei diesem kleinen Zahnrad kannst du dir das Wiedergabetempo einstellen. Am besten kannst du aber selber probieren, ob die Qualität dann wirklich brauchbar ist. Der Link zu diesem Track steht hier oben oder auch unten in der Beschreibung unter dem Video. Und das war es auch schon wieder in diesem Video. Diesmal ein echter kurzer Bassquickie. Hat dir dieser Tipp gefallen, dann drück gerne den Gefällt mir Knopf und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal und schalte die kleine Benachrichtigungsglocke an, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.